Und denk mal ja und einfach festhalten, so fest du kannst. Uh, Alter, schwer, bist du stark. Okay, und nein denken und festhalten. So. Komm, wir fangen mal mit rein. Okay, Arm ausstrecken, gerade und halten. Oh, verdammte Vitamine-Pillen. Und festhalten. Ja, das ist gut. Oh, oh, das Power-Getränk, das habe ich auch schon. Das ist bei mir auch genauso gut. Ich glaube, davon wird jeder stark. Und halten. Oh, Alter Schwede. Komm mal her, probier das mal aus. Das ist der Knaller. Schreck mal aus, lass mal deine Schwester machen. Deine Schwester soll mal bei dir drücken, damit sie das mal nackt. Linda hat die Idee immer von mir. Okay, sag einfach nur mal ja im Kopf und du drückst mal den Arm runter. So stark wie du kannst. Nee, hier vorne, da. So. Okay, merkst du, ne? Und jetzt sag mal nein und dann drückst du nochmal. Okay. So, und jetzt nimmst du das mal davor. Arm ausstrecken. Und dann drückst du nochmal. Merkst du das? Alter Schwede. Was? Das ist ja unglaublich, das Zeug. Alter, Alter, Alter. Ja genau, Alter, ne? Ich sage immer Alter. Der Multivitamin-Satz. Halten. Den magst du nicht, wa? Das würde mich aber mal interessieren. Halt mal fest. Halt mal fest den Multivitamin-Satz. Ob der bei dir gut wäre oder nicht. Nee. Was? Das ist alles? Moink. Apfel. Und halten. Boah, das ist cool. Okay, Pflaume. Halten. Ja, ist auch gut. Für die Kids ist das auch mehr oder weniger okay. Bis auf die Kiwi. Kiwi. Ja, du bist Sportlerin. Du brauchst das. Und halten.